Der Klappentext auf der Hülle lautet wie folgt. Der Klappentext auf der Hülle nimmt Kontakt mit der Kolonie LV-426 auf. Böse Erinnerungen werden wach und du hoffst, dass hier nur ein unglückliches Versehen vor dich. Erkunde die Strukturen in der Umgebung, räume die Barrikaden aus Kisten und Fässern aus dem Weg. Nur ein einfaches Kommunikationsproblem. Aber eigentlich weißt du es ja. Willst du es dir nur nicht eingestehen. Eliminiere alle Aliens, zerstöre ihre Nester und lösche die Eierkammern mit Feuerbomben aus. Sie sind zurück Facehugger, Chestbuster, Hunde-Aliens, Erwachsene-Aliens und finde die Königin und eliminiere sie. Was auch geschieht, du musst die Königin eliminieren. Drei Königinnen-Aliens. Über 30 Säureverkrustete Levels, ein Arsenal tödlicher Waffen und du die absolute magenumdrehende 3D-Action der kompletten Alien-Reihe lässt deine schlimmsten Albträume wahr werden. Nun ja, gut. Ich habe das Ding angespielt über PC mit der Software PSX-E. Ein Emulator, das Spiel selber habe ich original, mir geholt über Rebuy und habe das dann halt eines Abends so ganz locker flockig angezockt. Ich hatte erst beim Spielen einen Audiokommentar gemacht, aber da fielen dann so viele komische Schiffwörter, dass ich das Ganze dann im Nachhinein nochmal aufgenommen habe. Die Levels sind alle ziemlich düster gestaltet, so wie es sich für einen Alien-Film an und für sich gehört. Oder wie man es aus einem Alien-Film kennt. Das Spiel ist von 1996 und vereint Alien, Aliens und Alien 3, wobei ich dazu sagen muss, dass ich hier von Alien an und für sich überhaupt nichts sehe. Meiner Meinung nach beruht das Spiel mehr auf Aliens und Alien 3. Die Strafkolonie sehen wir hinterher auch noch. Und ist von Acclaim in Zusammenarbeit mit Fox Interactive, die ja jetzt mittlerweile zu Disney übergewandert sind. Ja, damit ist der Xenomorph, die Alien Queen, eine Disney-Prinzessin. Na, soviel dazu. Ist ein Ein-Player-Game, also man kann es nicht zu zweit spielen. Ob es auf PC eine Netzwerkefunktion gab, kann ich nicht sagen. Äh, es wird für die Memory-Card auf der Playstation ein Block benötigt und das Spiel liegt vor in Pal. Die Freigabe ist ab 16. Soviel dazu. Was mich interessieren würde an euch da draußen, kennt ihr diese anderen Aliens namens Facehugger, Chessbuster? Facehugger sehen wir gerade. Okay, kann ich mit leben. Aber, was ist ein Chessbuster? Und gibt es Hunde-Aliens? Ja, weiß ich nicht. Alien-Königin kämpft aus dem zweiten Teil und ich glaube im dritten kommt auch eine vor. Das ist soweit okay. Aber, äh, ist schon etwas merkwürdig. Die Level sind an und für sich alle gleich gestaltet. Es gibt immer Fässer und Kisten, die man aus dem Weg zu räumen hat. Ja, an dieser Stelle hier war ich mehr oder weniger etwas verwirrt, weil es ging einfach nicht weiter. Das ist das erste Level. Ja, und ich musste echt zusehen. Ich weiß, man musste eine Batterie finden, da kann ich mich noch erinnern. Ja, aber mit der Stink-Normal-Pistole ging da wirklich gar nichts. Und dann habe ich mich kurzerhand selber beholfen. Weil mit dem EPS-X hat man die einmalige Möglichkeit, man kann sich Cheats downloaden. Es gab damals für Alien-Trilogie, da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern, ein Supersheet, den gab man ein und konnte sich unendlich Waffen, also alle Waffen freischalten, Munition und unendliches Leben und dann die einzelnen Level auswählen. Und ja, das habe ich dann in diesem Fall nicht mit dem Supersheet gemacht, sondern ganz genau jetzt, werdet ihr gleich sehen, kreuzt oben rechts in der Ecke Panzerung und Stiefel 999% auf. Ja, und danach konnte man dann sich auch ein bisschen mehr in diesem Level umsehen. Ihr könnt dann halt mit jeder anderen Pistole, könnt ihr die Fässer und Kisten aus dem Weg räumen. Und dann geht es eigentlich rund. Es geht eigentlich im Endeffekt immer um dasselbe. Ihr müsst Batterien finden, damit ihr Licht- oder Fahrstühle aktivieren könnt, die euch auf ein neues Level bringen. Und euch stellen sich verschiedene Arten von Aliens in den Weg. Das Ganze ist zwar nur losbasierend auf den Alien-Filmen, aber für mich nach wie vor immer noch das beste Alien-Spiel überhaupt. Ja, und wenn man sich ein bisschen von den Augen her an die Altbacken-Grafik gewöhnt hat, dann macht dieses Spiel echt Spaß. Wie es jetzt nicht gerade auf dem PC laufen würde. Ich habe auch eine PS1-Konsole. Da gibt es die Tage noch ein paar Bilder zu Einzelheiten zum Controller und was weiß ich nicht alles. Aber es ist halt wirklich auf dem PC über diesen Emulator wirklich extrem schwer zu spielen. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist übrigens von der Original-CD-Aliens-Trilogie. Man konnte nämlich die PlayStation 1-Spiele wunderbar in einen CD-Player reinlegen und die einzelnen Tracks abspielen. Besonders bei Tom Pryler kommen wir da hinterher nochmal drauf. Da habe ich ganz, 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 ganz wirre Ohrwürmer vorbekommen. Ja, und wie man sieht, ändert sich nicht wirklich etwas an der Darstellung. Wir sind jetzt noch gleich am Ende. Wenn wir jetzt hier die Treppe runtergehen, ach, ein Facehugger. Die Animation, da muss ich dir auch noch mal was zu sagen. Ihr habt ja am Anfang bereits das Intro-Video gesehen. Das ist schon richtig cool gemacht. Ich wollte euch eigentlich mal von einem Xenomorph die Animation zeigen. Das hat aber nicht mehr so ganz hingehauen. Dann haben wir natürlich auch noch den Beipackzettel des Spiels. Wie immer hinten die Möglichkeit, Notizen einzufügen. Und dann haben wir hier diverse Sammelgegenstände. Gewehrpatronen. Ein Schnelllader-Impulsgewehr. Das ist das Impulsgewehr aus Aliens. Und es gibt natürlich eine Schrohrflinte. Ein Flammenwerfer, den gehen wir ebenfalls aus Aliens. Die Rückkehr. Wir haben ein Nachtsichtgerät. Wir haben einen Schutzanzug. Ein Adrenalin-Stoßpack. Holt ihr einen Schuss von glatten 200% Energie? Nicht schlecht. Eine Säureweste, Säurestiefel. Ja, damit kann man dann durch die Überreste laufen. Hinterher wird es teilweise richtig eklig in dem Spiel. Ja, und ansonsten halt Passworteingabe. Die üblichen Geplänkel. Die Playstation-Einspiele glänzen von in Sachen Handbuch. Nicht wirklich von Innovation. Auf der Rückseite von dem Handbuch ist eine Werbung zum Spiel Battlesport. Und so, damit haben wir das auch abgeschlossen. Und wir rennen immer noch durch die dunklen Gänge. Mittlerweile sind wir in Level 2 angekommen. Nein, wir sind schon weiter. Aha, ich habe das Video geschnitten. Wir sind mittlerweile in Level 4. Meine Panzerung geht zu Neige. Und es wird auch wirklich nicht heller. Man befindet sich bei Alien-Trilogie wirklich zu 90% nur innerhalb von Räumlichkeiten. Hinterher im Strafgefängnis, in diversen Laboren oder halt in der Kolonie auf LV 426. Da kommt nicht mehr viel. Und es ist wie gesagt eigentlich immer dasselbe. Batterien suchen, Batterien suchen, Batterien suchen. Wer ein etwas anderes Alien-Spiel spielen möchte, dem kann ich empfehlen. Und dann habe ich damals auf meinem, ähm, Bentium 2, glaube ich, gespielt. Alien vs. Predator AVP. Da konnte man sich jeweils aussuchen, ob man ein Marine ist, ein Predator oder ein Alien. Und da möglichst schicke Schlachten spielen. Und ja, ich lasse euch jetzt erstmal ein bisschen mit dem Ganzen hier alleine. Schaut euch das mal an. Ich melde mich da an. Und gleich nochmal schnell kurz vor dem Ende des Videos. Ich geh'n. Ich geh'n. Ich geh'n. Ich geh'n. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020